Wir sind hier in Lake Placid, auf den Skisprungschanzen, wo die Olympiaden benutzt worden sind, die Winter-Olympiaden von 1980, 1932 ist grundsätzlich auch schon die Olympiaden gewesen, hier in Lake Placid. Es ist Samstag, der 3. Oktober 2009, hier um die halbe zwei rum. Hier im Hintergrund sieht man an der Führsicht Adrian Dax Park, an der Führsicht Indianer Sommer, mit den bunten Bäumen. Die Blätter verlieren. Lake Placid in diesem Sinn sieht man im Hintergrund, also hier ist zuerst noch der Flugplatz oder Hafen. Und jetzt dort im Hintergrund an, am Führsicht ist Lake Placid. Liebe Grüße von Lake Placid. Untertitelung des ZDF, 2020